hi leute youtube aufnahme wieder zusammen mit charlie und karen warum warum hocke ich so geht das wieder eine weile nicht gespielt und schon komm mal du bist jetzt hübsch schatz nee das ist charlie was wo bist du denn da draußen so ihr schaffst du bist nicht so hübsch hoch ist das windig ja ja heute ist hat vor ich will mein ich hallo ich möchte mein hallo wir haben wir irgendwas zu essen ja es ist ein häschen ihr lebt ja alle noch wunderschön leider was nichts was ja ich mache frisches wasser noch mal so wie sieht der plan heute aus ihr schlinge ich habe gehört höhle direkt weil viele monster ja ja also ich bin schon ich bin auch voll wir wollen ja auch ein bisschen in der story näher wo wir sind wir müssen vorankommen womit sind wir denn voll hallo essen und trinken mehr brauche ich nicht ach so ich gucke mal habe dicke keule habe ich auch sie können kommen die haben wir alle ich erweitere das kommentar jetzt sollen wir dann ja so kann macht sich mal ganz kurz so knochen rüstung haben wir noch erst mal erst mal erst mal füße zeigen was und noch mal eine knochen rüstung und 3123 kombinieren so kombinieren ich bin bereit was hast du getan wir wollten das weg machen ja aber trotzdem ich ziehe da kurz ne neue mauer ja 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ja was denn kracher komm her 1 2 3 4 5 6 1 2 3 oder willst du dann ne türmauer hin tun war eigentlich so die idee aber jetzt geht es nicht mehr warte dann mach doch kaputt was ist denn das 1 2 war das nicht rechtsweg das war bei den hallo ja was denn dann habe ich das was gibt es eigentlich was gab es heute zu essen oh gott hast du mich erschreckt maschallah oh ich komme ich bitte maschallah der hässliche er hat auch gefühle mir doch scheißegal aber maximal abgeworfen merkt noch ein tötet es ja mach ich doch sind tot ja ok ich stecke fest nein so fangen wir nein zu früh aber können wir vielleicht bald los in die höhle weil sie kommen schon wieder ja geht doch auf mich wieso wartet ihr auf mich weil du die ganze willst du mich jetzt komplett hopps nehmen hallo ihr wart am bauen ja das haben wir nur angefangen weil du irgendwas zusammen gebastelt hast ist doch egal ja alles gut ja pülse pülse lecker wartet auf mich was bin ich zurück bin ich allein sterben du wirst nicht allein sterben die kann die ball sind bei dir genau sie nehmen sie stück für stück auseinander der eine mag deine finger nicht dafür mag der andere deine füße ja und so bist du nicht dann hast du was zu tun du bist nicht lange am sterben alleine tun du weißt schon ich kann nicht reden hast du dich gerade vom gewitter erschreckt mein schatz nein doch hat sie nein habt ihr habt ihr habt ihr schon mal darüber nachgedachten hausboot zu bauen habe ich einmal gemacht war ja nicht so gut ist halt nervig und du kannst dann nicht viel drauf also wenn du es bauen möchtest können wir es gerne machen so ist das nicht noch ich weiß ich dass du so ein strand haus hätte halt auch was na ja dann warte haben wir haben wir nicht marka kann man nicht marka setzen irgendwie hätten wir einen stock mit stoff hier warte das war bei b na wo war denn das das kann ich dir nicht sagen wir sehen aber ebus ist weil das ding mit einem gelbe hammer markiert ist definitiv nützlich so ist das nicht wir kriegen besuch oder was machen wir das ist noch sorgen am morgen vertreibt kummer und sorgen er tut schon wieder da ist noch eine flasche willst du gertruder wirst du stress sein das ist ein komisches echo schatz keine achten wir jetzt doch nicht in höhlen sondern machen das hausboot spontane umentscheidung sei spontan die wir gegen dich allerdings aber erst bot ja das ist ja eigentlich auch das boot haben kommen sie nicht zu uns ja aber man hat halt so viel weniger baumöglichkeiten titte titte brauchst du bei diesen aussagen noch irgendwelche baumöglichkeiten eigentlich reicht sei kann nur wenn wir hier so konnte man das hausboot nicht auch erweitern ja nach oben aber hat irgendwer seile dabei stoff in mengen also ja stoff habe ich auch ganz viel aber seile habe ich jetzt leider nicht ja aus stoff machst du sollen doch machst du wollen ich mache mal ein feuerchen bereitet euch auf die katastrophe vor in sons of forest irgendwann seine haben wir jetzt alle eine spinne was so ihr habt euch dort hinten versteckt er hat sich versteckt in der kiste kommt mein lebenswille ich produziere noch 16 hölzer was ich halte am hausboot nicht mag ist so ist mit dem essen besorgen ist dann immer so wo ist es über bewertet die uns fett genannt wir sind einfach übergewichtig weil fett wird negativ verwendet dabei ist es ein ganz normales adjektiv und sogar nom was den zustand von fleisch beschreibt fett ist ein geschmacksträger wollen wir jetzt eine diskussion unterführen für diesen dafür können wir auch dafür können wir auch dringend podcast machen naja ich finde es scheiße dass halt manche wörter beleidigt werden obwohl der rei folgung genau obwohl halt nicht mal das böse ist so lasst das böse und irgendwas ist bei euch wieder ja katze 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 aber ich freue mich gleich auf mein essen ja was gibt es denn ganz einfach heute nur brötchen also mit spiegelei schon reingedrückt ins brötchen dass das eigelb da so ins brötchen rein läuft ja und dann halt so mit beladen es ist nicht so schwer für den magen nach den tagen das hat sich ich bin ein meister die katzen meinten gerade so eine kleine mücke zu jagen und dabei fast den katzenstreueimer umzuwerfen ist das nicht schwer das ist nicht schwer und jetzt wasser um mein gott schwimmen ja aber das ist nicht damit das auch fahr ja was mache ich das ding hin steckt jetzt gerade aus darf ich noch mal gucken das ist schon eine weise her dass ich in der händler insel haben wir dahin fahren mit links klick okay danke ich weiß halt nur nicht wo wir gerade hin schwimmen ihr müsst mich ein bisschen denken sobald es zur inseln ja ja da vorne war eine insel ich glaube ich schon grad ja ich bin ja genau wischen ja ist das guck du kannst mit m deine karte auspacken am router oh mein gott ist mir nicht wirklich da hinten ist oscar das was lief von santiano noch mal gott muss ein seemann sein wir wollen wasser 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 überall doch wir haben nichts zu trinken das ist ganz was anderes ja aber das ist auch toll du weißt dass die wasserphysik einfach nur bequemackt ist hier drin deswegen nicht sich so schnell bewegen kann du solltest eigentlich auch still stehen während das boot sich bewegt hast du gesehen und das wirst du jetzt so auf falsche richtung ich habe vergessen dass wir hier wird uns keiner stören ja alles doch hier was bauen ja mit den ganzen steinen und felsen aber hier kann ich keine hasen kolonie machen du kannst die hasen von drüben hier her holen mich hat mal wir haben jetzt schildkrötenpanzer das kann aber nur ein tragen ich habe auch ein schildkrötenpanzer das ist falsch mit euch ich werde die umbringen oh mein gott ich bin gerade auch kaum reingekommen ja das war ich dachte ich war auf der richtigen seite sorry ihr wirst den kracher möchtest du weiterfahren wir sind auch fische zum angeln rechts von mir ja ne aber es ist zu tief krass zu tief das hausbrot ist halt auch schon richtig nice ne darf ich mal fahren erst die leute rauslassen wie im bus was ist das gerade in die wand gedrückt ein bisschen ich komme nicht vorwärts das ist mir vorher nie aufgefallen ja ich werde hier verbraucht das viel energie überlegt mal wenn du im echten leben bruders ja 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 schon klar wurde guck dir mal die oberarme auf dem fucking bruder team an mit ihrem bicep allein wenn sie den anspann zersprengen was charlie ist runtergefallen ist wieder drin ja da hinten geht einer spazieren wir dürfen sie nicht mal ins ruder lassen wieso weiß nicht die karte die wir jetzt haben die entwickelt sich ja wenn wir fahren können wir eigentlich relativ gut alles abfahren weil da wo wir sind ist eigentlich das flugzeug ja gewesen also wir waren eigentlich die ganze zeit am flugzeug in der nähe wir waren da sind noch mehr inseln und da noch eigentlich hätten wir uns dann fälle mitnehmen müssen damit wir uns irgendwie ein bett bauen können lolo 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 ich mach ganz viel spaß lolo 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 lola parken kann ich nicht ja ja seit wann weil ich gerade ja gesagt habe aufgelaufen das boot lässt sich nämlich jetzt nicht mehr bewegen danke ich meine man kann schieben aber ja tue ich gerade ich muss jetzt einmal hier rein nicht das ist zu weit so dunkel ja aber eigentlich ist die richtige erklärung ich habe treib sand gefunden in the forest